Hallihallo Löhle, hier zurück zu World of Warcraft. Für euch müsste jetzt der zweite Weihnachtstag, glaube ich, sein. Also dann noch einmal Frohe Weihnachten. Habt ihr die Feiertage gut überstanden? Ich kann es noch nicht sagen, weil es ist ja noch für mich eine Zukunft. Klingt komisch, ist aber so. Ich nehme mal im Voraus auf. Handwerker. Äh, da. Ich rede doch. Man sieht sich. Ja. Deine auch. das besiegt man auch sehr gerne dann muss man kann auch wirklich nach unten drehen damit man sie überhaupt sieht ja bleibe ich die quiz kann man auch sehr leicht übersehen ach so gemischt mal gut hier verkaufen die bräuchte nicht was auch schon ich bin nicht zu voll viel zu voll es ist nur gold kraftkern handwerksmaterial okay ja muss ich mal in ruhe nach eisenschmiede meine einiges verarbeiten als altes weg kann verkaufen sieht der platz ab ist ein schmierkundes lehrer aber kein händler noch nicht so viel das leben ist schon ernst genug hier ist noch was da wie geht es dir ach da zu dem ist man auch noch wie haben wir zeit mit treibt da keiner so 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 So, hier ist mich der zweite Weg, wie mein Nachtloch modern kommt. Das steht da. Hallo. Ja, ja. Ich gehe ja schon. So, hier ist ein kleiner Boss. Der kommt dann gleich. Ja, Marta Klaue. Komm her. Ja, da will ich dich. Essenshaltig. Das war's auch schon. Was haben wir denn Neues bekommen? Neun doll schnell. Der ist schwach. Den wollen wir nicht. So. L. Mein Gott. So, jetzt zurück. Ich will hier auf den Arsch gucken. So. Was geht euch durch den Kopf? acion klaue? Hm. Ne. Gruppe 50. Hey. 50 äh, Moment ne, er geht's auch da hin muss doch hier durch wir sind heute noch 50 geworden es läuft es geht voran ja, ich dich auch grüße man sieht sich sooo ach, hier kommen wir hoch, ne können wir jetzt hier den Druck stellen schreien schreien 575 schaden aber schöne gekriegt das war mal ein schöner krit da 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 ab und zu ein bisschen heilen ist nicht verkehrt weiter gehts ich muss näher ran sieben von zwölf schon wir haben auch schon fünf und acht ja 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 da 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 ja 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 magosch ach komm ja 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 das ja ja ganz ja da ja ja es im der aber für xp lohnt es sich eigentlich immer die haben war ein zahn fehlt noch die meisten meine zahlen los aha da haben wir es doch und zurück alles wieder zurück ist ja hier bin ich ja hier bin ich falsch scheiße wo ist der weg war doch hier vorne ach ja wo die fackeln sind ja die fackeln erleuchten den weg ach ja hallo ich lasse ich noch ich bin immer sauber bleibt auf dem boden bleibe ich immer ich stehe auf dem boden so was haben wir jetzt schönes da dahin muss ja blablabla ok ok machen wir in der nächsten folge weiter euch noch frohe weihnachten und sehen uns in der nächsten folge tschö mit Ö Ö Ö Ö Ö Ö